Wie geht es Ihnen? Es geht mir richtig gut. Ich möchte, dass Sie Nina sagen, wie nah Ihnen Ihr Selbstmord gegangen ist. Sie ist von der Freeway-Brücke gesprungen und auf einem Pritschenwagen gelandet, der nach Mexiko fuhr. Ihre Leiche hing beim Zollfest. Ungefähr eine Woche. Super Aktion, Nina. Okay, machen Sie die Beine breiter. Wie wäre es erstmal mit einem Date? Haha. Sie müssen das tun, sagt Doktor. Ich esse es in ein paar Minuten. Versprochen? Beim Grab meiner Mutter. Aber Ihre Mutter lebt. Schöne Nacht, ha? Sie sind Ninas Mann? Ja. Ich bin kein Stalker. Ich meine, nicht im herkömmlichen Sinn. Ich habe das von Ihrem Unfall gehört. Ich kann Sie nicht retten. Ich kann kaum mich und meinen Sohn retten. Das verlange ich auch gar nicht. Miss Bennet, da ist ein Mann draußen. Verschwinden Sie aus meinem Haus. Wenn ich mit Ihnen tauschen könnte, würde ich es tun. Das wollte ich Ihnen sagen. Verschwinden Sie! Verschwinden Sie! Aua! Mensch, dir was. Mir fällt nichts ein. Das macht nichts. Puste Sie aus. Ich habe sehr starke Schmerzen. Wollen Sie, dass es Ihnen besser geht? Sag es, Claire. Ich will es. Wollen Sie, wie Sie. Ich habe sehr starke Schmerzen. Das macht sich. During SEO-D Genosse-Ech dinget. стр Verw Sunny